Willkommen zurück zum Podcast Es wird vorgelesen mit mir, Sönke Hilliges. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Episode 4, glaube ich jetzt. Ich glaube schon. Also, heute vergleiche ich Schneewittchen zum Film und zum Buch, zu dem Buch, was ich vorgelesen habe. Und dann mache ich noch ein bisschen eine Analyse über die Schneewittchencharaktere und genau, was der Film vielleicht noch mehr aussagen könnte. Fangen wir an, von den Unterschieden vom Buch zu filmen. Es gibt, gleich relativ früh am Anfang vom Film, in Minute 5,20, beginnt ein Charakter sich darzustellen, den es im Buch erst ganz, ganz zum Schluss zum ersten Mal vorkommt, ist der Prinz. Der Prinz und die Schneewittchen haben bereits im Film den ersten Kontakt. Und Schneewittchen kennt ihn bereits und rennt von ihm weg, aber verliebt sich in ihn. Das ist ganz wichtig, dann steht er am Balkon und singt ihr ein wunderschönes Liebeslied vor. Und dann später kommt im Buch vor, Schneewittchen klopfte, doch als niemals Antwort trat sie ein bei einem Haus von den Zwergen. Das ist eigentlich nicht direkt so. Also Schneewittchen war erstmal im Film ein bisschen misstrauisch, was das für ein Haus ist, aber die Tiere haben sie so ein bisschen dazu gedrängt und so begeistert, da jetzt reinzugehen. Und dann hat sie geklopft und durchs Fenster geschaut und die hat sehr, sehr gezweifelt. Aber dann ist sie schlussendlich doch reingegangen. Und dann, was auch ein weiterer Unterschied war, war, eigentlich wollten die Zwerge sie verprügeln, als sie bemerkt haben, dass jemand in ihrem Bett da liegt, da sie nicht wussten, wer da unter ihrer Decke liegt. Genau. Im Buch kommt es auch anders vor. Da macht Hatschi Hatschi und deswegen steht ganz entspannt Schneewittchen auf. Aber Schneewittchen steht gar nicht so schnell im Film auf. Sie ist sehr, ähm, sie schläft sehr tief und fest. Und dann, kurz bevor, ähm, sie, die Zwerge anfangen sie zu verprügeln, steht sie erst auf. Darauf haben sie ein ganz, ganz langes Gespräch. Ähm, nachdem sie aufwacht, ähm, kommt in Minute 35 bis 39, reden sie vier Minuten am Stück und handeln aus, ob, ähm, Schneewittchen hierbleiben kann oder nicht. Und sie reden und reden und das ist ein ganz langes Gespräch. Und dann der erste Kontakt an sich, also die Szene geht dann noch weiter, äh, bis Minute 47, also weitere acht Minuten. Ähm, Und das ist sehr essentiell, weil es mitten im Film ist und der erste Kontakt ist sehr wichtig und, ähm, diese Szene geht zwölf Minuten am Stück. Somit ist die, ähm, ja, sie ist, ähm, bedeutsam, absolut bedeutsam. Sie ist einer der essenzselsten, äh, Minuten im ganzen Film. Der erste Kontakt zwischen, ähm, Schneewittchen und die Zwerge. Im Buch kommt das nicht so direkt vor. Also es gibt eine Doppelseite dazu, ja, das habe ich auch vorgelesen und das war gut, aber, ähm, im Film wird es nochmal viel, viel deutlicher. Da wird auch die, ähm, Szene zwischen der erste Kontakt, der erste Abend und, ähm, die Party, ähm, sind separate zwei Abende, äh, im Film. Und, ähm, also vermutlich. Und, ähm, im Buch ist es ein Abend. Gut, ein weiterer Unterschied ist, ähm, kurz bevor die Zwerge zur Arbeit gehen, ähm, warnt, äh, der Zwerg Jeff, ähm, von der bösen Königin, ähm, also Schneewittchen, warnt Schneewittchen vor der bösen Königin. Und, ähm, das passiert im Buch auch nicht, aber das zeigt auch nochmal, wie, wie die Zwerge eigentlich wissen und, äh, warum sie hier ist. Ähm, Schneewittchen hat ja auch schließlich die Geschichte von ihr erzählt. Und, ähm, ähm, er warnt sie halt. Er hat, ähm, er kümmert sich um sie so ein bisschen. Dann, was auch wichtig ist, ähm, die böse Königin weiß von dem Gegengift. Sie weiß, was den ewigen Schlaf auffällt und das ist der Kuss der wahren Liebe. Und davon liest sie in dem Buch, ähm, in ihrem Zauberbuch. Und in der vorgelesenen Geschichte kommt diese Szene nicht vor. Also ist das im Film auch nochmal so ein, so ein, so ein, ähm, wie der Film enden könnte. Die Tiere wurden von den, ähm, die Zwerge wurden von den Tieren gezwungen, Schneewittchen zu retten. Das kommt, im Buch wird es anders vorgelesen, dass die, ähm, die böse Königin, ähm, lacht so laut, dass die Zwerge in der Mine das hörten und alles stehen und ließen, ähm, stehen und, ähm, liegen gelassen haben und losgerannt sind. Ähm, das passiert so im Film nicht. Die Zwerge haben gar keine Ahnung. Und dann kommen die Tiere angerannt und ziehen an denen und retten und, ähm, harassen die, also gehen sie ordentlich auf die Nerven und dann erkennen erst lange, äh, erst später die Zwerge, oh, vielleicht wollen die Tiere uns ja was sagen. Und dann gehen sie mit und dann reiten sie auf den, ähm, auf den Rehen und, äh, zurück zur, zur Wohnung von Schneewittchen. Und dann die Schlussszene. Im Buch, ähm, lese ich vor, dass, ähm, sie zum Schluss, ähm, zum Schloss vom, ähm, Prinz kommen. Und im Film endet es nicht so direkt. Sie stehen nur auf dem hohen Berg und sehen in den Wolken ein Schloss. Also ein symbolisches Schloss. Genau. Also es gibt schon, äh, deutliche Unterschiede. Ich hab wahrscheinlich noch nicht mal alle. Aber es gibt hier und da, ähm, essentielle Unterschiede. Ähm, was ja auch nicht per se schlimm ist. Das Buch ist trotzdem eine nette Geschichte. Gut, sucht den Charakteranalysen. Ähm, ich lese erst mal vor, welche Charakter es alles gibt. Ganz klar die Hauptcharaktere, Schneewittchen und die sieben Zwerge. Dann, äh, der Villain, die Königin. Und dann gibt es vier Nebencharakter, die ich auch mit analysiert habe, weil sie eigentlich auch dennoch eine entscheidende Rolle spielen. Der Prinz, natürlich. Der Jäger. Der Spiegel. Und die Tiere. Fangen wir an mit dem Spiegel. Der Spiegel ist ganz sachlich betrachtet. Und schauen wir mal nicht zuerst darauf, welch furchtbare Tat die Königin getan hat. Der Initiator der Gefühle von der bösen Königin. Der Spiegel sagt, was die Königin nicht hören möchte. Der Spiegel hätte auch lügen können. Und das ganze Drama hätte nicht angefangen. Aber der Spiegel lügt nicht. Äh. Da ich vermute, der Spiegel ist nicht in der Lage zu lügen, da der Spiegel nicht real ist. Das ist nämlich der entscheidende Faktor. Also das ist meine Vermutung. Der Spiegel ist die verschobene Wahrnehmung der Königin. Der Spiegel reflektiert die Ekelhaft in der Königin. Ihre Boshaft. Was den Spiegel aber wieder zu eigener Person macht, ist, dass er weiß, dass Schneewittchen lebt und die Königin weiß es nicht. Später noch mehr zum Spiegel. Jetzt zu einem anderen wichtigen Nebencharakter, der auch verbunden ist mit der bösen Königin. Der Jäger. Oder auch der Handlanger der Königin. Wird er auch so im Film angesprochen. Als du Handlanger so ungefähr. Sein Auftreten ist kurz und deutlich, aber seine Bedeutsamkeit ist schwer. Er kippt die Geschichte. Er leitet den Weg von Schneewittchen und den Zwergen ein. Also den gemeinsamen Weg. Er soll den Auftrag der Königin ausführen, doch will er es nicht. Kurz bevor er es tun sollte. In der Geschichte ist hier Schneewittchen im Mittelpunkt. Schneewittchen musste nicht einmal um Gnade bitten, der Königin steht hier. Da der Mann, der Jäger, es nicht tun kann. Und das macht ihn ganz besonders. Er kann die Tat, den Wunsch, die Aufgabe, die die böse Königin ihn stellt, nicht zu Ende führen. Nämlich, dieser Mann kann sich der Macht, die er besitzt, ablehnen. Er hat ja in diesem Moment die Macht, er konnte ja zuschlagen. Loyalität der Königin steht nicht höher über das Gewissen von Gut und Böse. Das ist bei ihm ganz besonders. Er weiß, was ihm bevorsteht, wenn er nicht das tut, was seine Aufgabe ist. Das kommt im Film ganz klar vor, als sie ihm die Aufgabe erweist, dies zu tun. Es wird nicht gesagt, was passiert. Es wird nur von der bösen Klinik gesagt, du weißt, was dann passiert, wenn du es nicht ausführst. Also... Es ist nur, weil die böse Königin die böse Königin ist, dass es sehr, sehr schlimm sein wird, was passieren wird. Dennoch kann er es nicht übers Herz bringen. Also er kann es nicht übers Herz bringen, Schneewittchen umzubringen. Darauf geht es sogar einen Schritt weiter und gibt Schneewittchen einen Rat, sich zu verstecken und nie wieder zurückzukommen. Ebenso, was besonders ist, durch diesen Rat, er schützt auch sich selber dadurch, da er somit der bösen Königin verkaufen kann, dass er Schneewittchen umgebracht hat. Jetzt nochmal ein Sprung im Vergleich zum Spiegel. Wenn man dem Spiegel auch zusprechen würde, ein Gewissen zu haben und eine eigene Person zu sein, wäre er genauso ein Handlanger der Königin und im Vergleich zum Jägersmann die Loyalität zur Königin höher rängen als was gut wäre. Würde der Spiegel nur grundsätzlich immer die Wahrheit sagen, ganz unabhängig von dem, wer vor ihm ist, dann wäre er in der Geschichte das übermächtige Wesen. Wie in jeder Disney-Geschichte gibt es eine Person, die nicht von weltlicher Gestalt ist. Somit könnte er auch diese Person sein, die das Gute bringt. Wie die Fee in Pinocchio oder der verstorbene Mufasa in König der Löwen. Die Frage von der Königin zum Spiegel ist in sich für die Königin nicht gut. Zur Königin Die Königin ist das Böse in sich. Doch die Königin ist am Anfang distanziert von ihrem Bösen, was bereits falsch ist. John Peterson hat dazu in seinem letzten Buch Jenseits der Ordnung zwölf weitere Regeln für das Leben einen wichtigen Gedanken ausgesprochen. Man darf seine Kapazitäten Gutes zu tun genauso gut wissen wie die Kapazitäten Böses zu tun. Ergo heißt das. Kenne dich. Die Königin kennt sich selbst nicht. Sie benutzt einen Spiegel, ihren bösen Machenschaften zu erklären, warum sie diese selbstgerecht machen darf. Dass es die Königin gibt und ihre Gedanken an, immer anwährend Schönheit und Macht, macht sie nicht zu einem bösen Menschen. Ihre Tat ist das, was sie böse macht. Sie will das Herz von Schneewittchen. Zum Herz, das analysiere ich jetzt auch ein bisschen mehr. Das Symbol Herz. Warum will sie das Herz? Das Herz steht für die Liebe, Lebensenergie, Leidenschaft. Später in der Geschichte will die Königin nur noch den Tod von Schneewittchen. Ihr Wunsch verändert sich minimal. Zuvor das Herz, also auch den Tod von Schneewittchen, aber anders, sie will noch was von Schneewittchen haben. Vielleicht hat sie durch das Herz noch eine kleine, zwar absolut grausame und ekelhafte Form, Anhang, Nähe zu Schneewittchen. Das Herz ist für sie vielleicht auch so etwas wie eine Trophäe, was auch nicht ganz schön wäre, aber sie hätte noch etwas, woran sie sich an Schneewittchen erinnert. Ebenso, die Königin weiß von dem Wunsch von Schneewittchen. Sie weiß, dass sie in den Prinz verliebt ist. Und durch ihr Herz, vielleicht würde ja das Verliebtsein in ihr Bestandteil sein. Oder sie ist einfach neidisch, was ich am ersten glaube, da ich denke, an der bösen Königin gibt es nichts Gutes. Sie ist neidisch auf Schneewittchen, in allem, auch das sie verliebt und Verliebtsein empfindet. Das will sie für sich auch haben. Ebenso ist sie ja Zauberin. Also vielleicht kann sie ja mit dem Herzen was machen, aber einfach nur sie umzubringen. Dadurch hat sie von ihr Schneewittchen nichts mehr. Sie ist so vom Zorn gepackt, dass sie selbst alle anderen Gefühle verliert und nur noch den Tod von Schneewittchen wünscht. Gehen wir weiter zu Schneewittchen. Schneewittchen, sie ist von Grund auf gut der perfekte Held in der Geschichte. In der Regel haben Disney-Geschichten von dem Hauptcharakter eine Entwicklung durchzugehen. Doch sie nicht. Sie ist schön, anmutig, charmant, liebevoll und fürsorglich. Sie ist das In-Person-Werdung, das absolute Vorbild, wonach wir Menschen, vor allem Frauen, weil sie eine Frau ist, danach streben. Und das ist sie von Anfang an. Somit bleibt die Frage, warum ist sie dennoch ein Charakter, für den man sich freut und mitfiebert? Jetzt nehme ich einen frechen, aber einen deutlichen Vergleich. Im Vergleich nehmen wir Wonder Woman oder von der letzten Star Wars-Triologie Rey. Sie sind nicht die Heldcharakter, wonach wir streben. Es fehlt ihnen Schwäche und Menschlichkeit. Bei Schneewittchen ist das so. Sie hat einen Wunsch, ein Verlangen, eins werden mit dem Prinz. Man hat sie gern, da sie eine Problemlöserin ist. Sie hilft und ist dabei nicht überheblich. Und eigentlich verliert sie, sie stirbt, die böse Königin gewinnt und ist hiermit die Schönste im ganzen Land. Gehen wir zum nächsten Charakter, die Zwerge. Die sieben Zwerge sind selbst im Titel, somit spielen sie auch die Hauptrolle. Sie moralisieren hier Kinder und haben deswegen so die Beziehung zu Schneewittchen. Oder, jetzt kommt das ganz, ganz kritische, infantile Männer und haben deshalb so eine Beziehung zu Schneewittchen. Schneewittchen symbolisiert entweder die klammernde Mutter oder die Ehefrau, die wie die Ersatzmutter ist. Da Schneewittchen und die sieben Zwerge sehr, sehr nah zusammenhängen und wie auch schon der Titel sagt, Schneewittchen und die sieben Zwerge, verbringe ich jetzt beide sehr nah miteinander. Somit spreche ich jetzt einerseits viel von Schneewittchen und einerseits viel von den Zwergen. Also, gehen wir weiter. Durch das symbolische Tod der Mutter kann der infantile Mann, der zuvor hier symbolisch die Zwerge waren, daraus ein Mann entstehen. Der jetzt der Prinzess, der Sarg von Schneewittchen aus Glas und Gold, so wird weiterhin von den Zwergen glorifiziert. Sie war für die Zwerge die Königin, die Majestät, die Person, die man auch nach dem Tod bewahren muss. Wie damals. Es ist so, in der Antike und bis erst kurz vor der Modernen hat man heilige Könige, wichtige Personen, ganz, ganz hochringige Personen, Kaiser und so, wie damals in der Antike, zum Beispiel im alten Ägypten mumifiziert. Man hat sie lebendig gehalten. Man hat sie auch nach dem Tod so ein Riesensarg oder so eine große Statue oder so etwas Prächtiges aufgebaut, dass sie eigentlich nicht tot sind. Man versucht, zwanghaft daran festzuhalten, dass sie noch leben, dass man sie nicht vergisst. Das passiert hier eigentlich auch mit so einem deutlichen Sarg und mitten in der, ähm, wie heißt das im Film? In der Frontyard, also mitten vorm Haus eigentlich fast schon. Das zeigt noch einmal, wie besonders Schneewittchen oder, wenn wir im Bild bleiben, die Mutter für die Zwerge waren. Sie war für sie fast etwas Göttliches. Doch zurück zu dem, was der Tod symbolisiert. Durch das Ablösen von der Mutter kann der Sohn zum Mann werden. Der Sterbeprozess von der Mutter, also in dem Fall Schneewittchen, ist aber nicht von den Zwergen den Sohn initiiert, sondern von sich aus. Die Mutter hat die Aufgabe, ihren Sohn erwachsen werden zu lassen. Sie entscheidet natürlich nicht nur sie, dass ihr Sohn selbstständig fürsorglich und behutsam für sich selbst ist. Ich will dazu ein bisschen tiefer gehen. Mutter und Kind und vor allem eher Söhne sind Beziehungen, die intimer sind, als man manchmal noch weiß. Jeder Mensch ist aus dem Bauch der physischen Mutter entstanden. Das ist die allererste Ablösung von der Mutter, die Geburt und dazu die Abnabelung. Darauf die Jahre Baby und Kind sein, was auch noch sehr physisch nahe ist. Ich will nicht sagen, dass der Mann, Vater das nicht sein kann. Absolut nicht. Der Vater genauso, nur ein kleines bisschen anders. Die Beziehung zwischen Kind und Mutter ist nur mal ein wenig näher von allem die ersten paar Lebensjahre. Das Kind wird groß und selbstbewusst und selbstständig. Das ist der große Wunsch jeder Eltern und jeder Erwachsenen. Dieser Wunsch ist auch im Kind bereits von klein auf. Ich bin ich und ich will das, was ich will. Kinder können sowas sehr schnell sagen und zuvor sogar zeigen, was man deutlich merkt. Nun, beide haben diesen intrinsischen Zug dazu. Doch man kann es manipulieren und über die Jahre hinweg es verdrehen. Die Mutter kann über die Jahre die Gefühle von den bösen Königen aufbauen. Dazu später noch mehr. Doch stellen wir uns vor, die böse Königin und Schneewittchen ist die gleiche Person. Und ich glaube, dass es uns Menschen näher, als wir uns manchmal denken. Das Zerstörerische und das Heilsame in einer Person ist da. Die Gefühle der bösen Königin, Neid, Angst, Eifersucht, Verunsicherung und Schmerz von Zurückweisung sind, sie sind menschlich und ich glaube, wagen zu können, jeder Mensch bekannt. Doch eine Mutter diese Gefühle sich in Bezug zu ihrem Kind und sogar erwachsenen Kind hat, dann kann daraus große Schäden entstehen. Nämlich Zwerge. Die Gefühle von Schneewittchen sind Freude, Willkommensein, Schönheit, Fähigsein und Mut. Ebenso uns hoffentlich allen bekannt. Im Bild von Disney, also sie ist der Held, ist sie die Hero-Mutter. Das absolute Vorbild. Jetzt für alle Frauen, die zuhören. Ich will nicht entscheiden, wie ihr sein sollt. Auf gar keinen Fall. Ich will nur einen Gedankenstoß anregen. Warum Schneewittchen sich selbst von der Zuschauer und den anderen Charakteren in der Geschichte gemocht wird und die böse Königin nicht. Ein weiter Gedanke zu den Zwergen. Sie arbeiten in der Mine, also Knochenjob, physisch anstrengend, bis heute ein Beruf mit einer der höchsten Sterberate, selbst in Amerika, wo Sicherheit Prio One ist. Wann hören sie auf zu arbeiten? Um 17 Uhr. Das wird im Film ganz deutlich dargestellt. Und wann kommen sie zu Hause an, als es bereits dunkel ist? Wann verabschiedet Schneewittchen die Zwerge, wenn es bereits hell ist? Also wahrscheinlich zwischen 7 und 8 Uhr morgens. Sie haben diese klassischen 9-to-5 Jobs. Im letzten Podcast habe ich Charles Bukowski's Poem analysiert. Charles Bukowski warnt hart vor dem moderner Sklaverei. Die Arbeit, die dich einsaugt, die dich nicht freilässt, sie sind die Zwerge darin? Warum? Mean-Arbeite, die lange zur Arbeit brauchen, einfach leben, da das Gehalt nicht gerecht ist, für die harte physische Arbeit, die sie durchstehen müssen? Dazu leben sie ohne Frau, ohne Familie, ohne Abwechslung, vielleicht sogar ohne Zuversicht. Warum sie diese Arbeit verbringen? So war es damals, als Bukowski noch gelebt hat und die Jahre zuvor. Doch heute ist das nochmal etwas schlimmer mit dem Internet und Männer, die einsam sind. Dazu vielleicht irgendwann mal mehr dazu. Jetzt kommen wir zum nächsten Charakter. Auch ein maskuliner Charakter. Der Gegencharakter zum Zwerg. Der Prinz. Ein Nebencharakter, aber auch gleichzeitig das Ziel der Geschichte. Einerseits für den Hauptcharakter Schneewittchen und andererseits auch für die psychologische Ebene, für uns Zuschauer von allen Männern. Er symbolisiert der Mann, der auf die Reise geht, seiner Frau zu sich nimmt und sein Haus, Schloss in dem Fall und sie versorgt. Dieses Bild, der Mann, der seine Familie verlässt, eine Frau sucht, sie liebt, die er versorgt und zusammen eine Familie gründet, ist uralt und dennoch topmodern. Ja, dieses Bild ist in der Bibel, also uralt und in moderner Pop-Song selbst noch verankert. Was mir gerade im Spontaneinfeld ist von T-Pang, Buy Your Drink. Nur wahre Liebe kann den Todesschlaf besiegen. Dazu jetzt ein bisschen mehr. Wahre Liebe ist nämlich hier ein ganz bestimmter wichtiger Punkt. Wahre Liebe. Das, wonach wir uns eigentlich alle streben. Wahre Liebe ist die Liebe, die nichts im Schilde führt. Die ist ohne Hintergrundgedanken. Viele Autoren und weise Menschen sprechen von der wahren Liebe und im Prinzip sprechen sie immer vom Gleichen. Wahre Liebe, was hier symbolisiert wird als Kuss, ist die Liebe, die rein ist, voller Ehrfurcht und Respekt voneinander. Deshalb im Symbol der Verbeugung zeigt der Prinz seine ganze Ehrfurcht und Respekt zu ihr. Er liebt sie wahrhaftig. In der ersten Szene, in der sie sich begegnen, singt er ihr ein Lied. Ich bin dein, heißt der Titel von dem Lied. Eine Formulierung der ganzen Hingabe. Ritter haben zum Königen damals gesagt im Mittelalter und zuvor, ich bin dein, mein Herr. Sie haben damit ewige Treue geschworen. Das passiert hier genauso. Ein paar Zehen zuvor, äh, küsst Schneewittchen die Zwerge auf den Kopf zum Abschied. Das ist ganz, ganz interessant, der Vergleich zu dem Kuss, was der Prinz ihr gibt und dem Kuss, was Schneewittchen den Zwergen gibt. Weil die Zwerge nicht auf Augenhöhe von Schneewittchen sind, sie sind kein Gegenüber. Der Prinz und Schneewittchen sind auf Augenhöhe zueinander. Es gibt kein Gefälle. Sie haben die gleiche Beziehung zueinander, der Prinz und Schneewittchen. Die Zwerge zu Schneewittchen nicht. Die Beziehung ist wie Mutter und Kind. Zum letzten Nebencharakter. Die Tiere. Ein Nebencharakter, der nicht spricht, sondern nur handelt. Sie sind die direkten Unterstützer von Schneewittchen. Die böse Königin hat auch Tiere, aber diese sind nicht Unterstützer. In zwei Zehen kommen Tiere bei ihr vor. Der Rabe in ihren Zauberkeller und die Geier, die sie verfolgen, weil sie wissen, wo sie ist, ist der Tod. Die Tiere sind in der Geschichte ganz deutliche Zeichen, wie das Umfeld ist, wenn man gut und böse ist. Die Tiere um Schneewittchen herum helfen ihr und unterstützen sie und schlussendlich sind sie eigentlich die Retter. Die Tiere zeigen Schneewittchen den Weg zu dem Haus von den Zwergen und darauf helfen sie, ihr das Haus sauber zu machen. Was ganz erstaunlich ist, die Tiere wissen mehr als die Zuschauer und selbst die anderen Akteure im Film. Woher sollten denn die Tiere wissen, dass Schneewittchen gesagt wurde von dem Jäger, dass sie nicht mehr zurückkommen soll und weit in den Wald gehen sollten? Die Meisen, die Greifen, die alte Frau, also da ist sie im Film bereits eine alte Frau oder in der Geschichte, eigentlich ist es ja die böse Königin, an. Die Tiere verstehen mehr als und wissen mehr als wir denken. Ebenso die Tiere von der bösen Königin, der Rabe im Keller hat Angst. Er weiß, was das heißt. Er weiß bereits, dass dies schlimme, wirklich schlimme Folgen haben wird, was die Königin da macht. Und die Geier wissen kurz vor dem Tod von der Königin, dass sie sterben wird. Sie warten nur ab und erstaunlicherweise gibt es nicht die Zähne, dass sie zum Beispiel auf der Fensterbank von dem Haus der Zwergen sitzen. Sie wissen, dass Schneewittchen nicht sterben wird. Das erinnert mich an eine Regel von Jordan Petersons Buch, 12 Rules for Life, Ordnung und Struktur in einer chaotischen Welt. Regel 9. Gehe davon aus, dass die Person, mit der du sprichst, etwas weiß, was du nicht weißt. 1937, als der Film herauskam, haben die Leute, die diesen Film gemacht haben, bereits die Wahrheit erkannt und hier und da in kleinen, aber wahrlichen, besonderen Situationen eingebaut. Die Tiere wissen, was du nicht weißt und sei deshalb behutsam, was du sprichst. Nochmal kurz zu den Geiern. Sie folgen der bösen Königin. Doch ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Geier wissen, wer stirbt. Ob sie wissen, dass das Opfer der bösen Königin stirbt oder sie selbst. Was die Geier wissen, dass die alte Frau die böse Königin ist. Das weiß ich mit Sicherheit. Ich möchte jetzt noch ein paar biblische Symbole erwähnen, die alte Disney-Filme oft in sich haben. Ich weiß nicht, ob mit Intention oder mit, keine Intention, aber ich vermute mit Intention. Erstens, ganz klassisch, gibt es den Apfel, warum Schneewittchen stirbt. Der Apfel oder die Frucht, die vom Baum genommen wird, in der Urgeschichte, in der Bibel, passiert das auch vor. Das Böse, in dem Fall die Schlange, die Versuchung selbst, bietet den zwei Menschen, Adam und Eva, den Apfel an. Dann, das ist keine biblische Auslegung, aber eine kirchliche Auslegung, die katholische Kirche hat eingeführt, dass Maria, die Mutter von Jesus, immer ein blaues Gewand trägt. Und auch Schneewittchen hier in der Disney-Geschichte trägt, ihr Oberteil ist blau. Und die Farbe blau symbolisiert immer die Verknüpfung göttliches, himmlisches und irdisches. Das ist halt so. Also Schneewittchen hat was Verbundenes mit dem himmlischen und irdischen. Sie ist im Mittelpunkt oder sie verbindet es. Dann, ganz klar, der Kuss auch. Der Kuss gibt zwei biblische Bibelstellen, an denen ich gerade um gedacht habe bei dem Kuss. Einmal, das passt in meinen Gedanken jetzt eher, in der Schöpfungsgeschichte, als der Mann hergestellt wird, haucht Gott dem Menschen Leben ein, er haucht ihn ein. Hauchen und in die Nase pusten ist was anderes, als jetzt jemanden küssen, aber dennoch, es ist eine ähnliche Gestalt. Und da das hier in der Geschichte auch passiert, nach dem Kuss steht, Schneewittchen wird wieder lebendig, fand ich das ganz interessant. Gott erschöpft den Menschen durch fast wie ein Kuss, durch Einhauchen des Lebensodem. Und Schneewittchen steht auch nach dem Einhauchen wieder auf. Das andere Bild, was in der Bibel für einen wichtigen, wichtigen Kuss symbolisiert ist, der Kuss von Judas, der Kuss, Jesus zu verraten, dass Jesus umgebracht wird. Aber diese Auslegung zu dieser Situation, also Schneewittchen wird im Kuss von dem Prinzen verraten, das wäre zutiefst traurig. Und finde ich nicht gut oder nicht richtig so auszulegen, dass ein Kuss, was für dich zu leben erweckt, ein Verrat wäre. Das ist wahrlich traurig. Somit habe ich nicht das damit verbunden. Gut, also ich möchte hiermit ein positives Ende haben. Dieser Film ist noch einmal sehenswert mit euren Kindern, auf jeden Fall. Oder auch, wenn ihr alleine seid. Beobachtet den Film als Erwachsene, doch mit den Gefühlen, als wäre dir ein Kind. Das ist für mich wichtig, weil ich betrachte gerne so Filme. Und ich finde somit, wenn du nämlich deine Gefühle dann fühlst, wie ein Kind, also ganz emotional, aber dennoch so deine Gefühle reflektierst, wie er als Erwachsene, dann kannst du auf eine ganz, ganz bestimmte Ebene kommen. Und danach, spricht mit euren Kindern darüber. Wenn ihr mit euren Kindern spricht, stellt offene Fragen und lasst sie reden. Ihr wollt nicht eure Interpretation in ihnen zur Selbstständigen herauskitzeln. Das will man nicht, wenn man mit einem, wenn man wirklich, ähm, einen Film, oder wenn man wirklich die Meinung vom anderen hören will. Für euch, äh, den Film alleine anschauen, genauso. Beobachtet eure Gefühle dabei und denkt darüber nach. Ich empfehle euch wirklich, schaut, äh, Disney-Filme als Erwachsene an. Ähm, aus der Sicht eines Erwachsenen. Was passiert hier? Und auch auf der, was passiert hier auf der Meta-Ebene? Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich bin ein großer Fan von Zeichentrick-Disney. Ähm, sie haben viele tiefere und unterliegende Bedeutungen. Deswegen bin ich ein großer Fan. Wenn euch das gefallen hat, dieser Podcast, ähm, leave a like and a comment. Also, ähm, schreibt gerne was in den Kommentaren und, äh, lasst ein Like da. Ähm, das würde unendlich helfen, wenn ihr abonniert. Ähm, ja. Dankeschön fürs Zuhören. Euch noch einen wunderschönen Tag. Peace and love. Sönke Heliges. Let's go.